So, ich teile die Test aus, guck mir schon mal. Okay, wie sieht der Test aus? 7 mal 3 ist doch einfach 21. 4 geteilt durch 2 ist doch einfach 2. Wie heißt der Spieler, der die Nummer 7 hatte und bei Real gespielt hat? Ist doch unall. Magst du deinen Lehrer? Ja, natürlich. Das wird nur 1. Und nato. So, ich teile die Test aus, Taurus. Natoliere. Moin. Du hast alles falsch. Was? 7 plus 3? Das stand doch 7 mal 3. 7 mal. Mal 2 ist doch 4 geteilt durch 2. Was? Wie heißt der Spieler, der die Nummer 10 hatte und bei Barca gespielt hat? Das stand doch Nummer 7 und bei Real. Hast du deinen netten Lehrer? Das stand doch liebst du? Ah! Untertitelung des ZDF, 2020